Hallo ihr Lieben, Christian Mischemeyer, Pater, Tiefenpsychologe und so weiter und so weiter. Meine Arbeit findest du auf libysche.de. Heute haben wir das Gute-Laune-Thema. Ich werde immer nur auf Bunga-Bunga reduziert. Tragische Probleme. Nein, ich verstehe schon, worum es geht. Unser neuer Resilienzkurs geht bald los, wenn du den noch zum Frühbucherpreis erwischen willst. Im nächsten Monat haben wir wieder die harte Selbstliebe-Challenge. Und was haben wir immer noch? Die Wohlfühl-Challenge? Ne, doch, Wohlfühl-Challenge, genau. Passt auch sehr gut. Gibt es auch ein Kombi mit dem Resilienzkurs. Guten Abend, lieber Christian. Bin kurz hier auf deine Seite gestoßen und weißt gerade nicht weiter. Hab jetzt keinen deiner Kurse gemacht. Ja, das ist schon mal Fehler eins. Ich weiß, das ist immer so schön bequem. Videos gucken kostet nichts. Verstehe auch total. Aber es sag ich mal, also die Videos sind eigentlich nur Anwendungsfälle. Das heißt nur. Aber die eigentliche Arbeit ist in den Kursen. Kannst gleich loslegen mit, ich hab ja schon einmal reingeguckt in die Mail mit Selbstliebe-Challenge-Advanced. Wird das aber sicherlich tun. Würde mich bei einem Video freuen. Ich bin in den 30ern und komme aus Usbekistan. Ich war schon immer sozial zurückgezogen, beziehungsweise hatte wenig Freunde. Könnte und kann nicht auf Menschen zugehen oder offen sein? Ja, kann ja an alles arbeiten, ne? Es ist ja einem nicht alles, es ist einem in die Wiege gelegt. Und ja, aber das erinnert mich heran, dass wir eigentlich doch nochmal planen, so einen Flirt-Kurs zu machen. Könnt ihr mal schreiben, wenn euch das interessiert. Ja, also ich verstehe natürlich, was du meinst, aber ich wollte mal ein bisschen eine Lanze brechen dafür, weil mal ganz ehrlich, beim Dating geht es ja an letzter Konsequenz. Warum hat die Natur das entwickelt, das Dating? Damit wir keine kleinen Menschleins machen. Was braucht man dafür? Bunga, bunga. Insofern, das wird manchmal, glaube ich... Ah, Lien packt irgendwelche Sachen ein hier. Wundert euch nicht, die Beutel. Ja, es gibt noch Beutel, wenn ihr noch unsere coolen Beutel haben wollt. Ja, genau, okay. Ja, stimmt. Gibt noch so ein paar letzte. Genau. Sehr schön bunt geblasen. Die Baumwolle ist bei Vollmond von argentinischen Jungfrauen geerntet worden. Und Aufkleber. Genau, und Aufkleber. Und einen 10-Euro-Gutschein, glaube ich. Ja, doch, der kommt ja automatisch. Sehr geil, sehr geil. Gut. Genau, ja, ich wollte nur einfach nochmal eine Lanze dafür brechen, weil, falls du mal in ein Alter kommen solltest, wo Männer dich nicht mehr offensichtlich mega sexuell interessant finden, bist du es sehr vermissen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Deswegen schätze ich es wert und das geht nicht allen Frauen so. Und ich verstehe natürlich, was du meinst, dass du nicht nur das suchst und dass du auch nicht aufs Körperliche reduziert werden möchtest. Verstehe ich total. Aus Männersicht ist es natürlich so, ich glaube, für Männer ist das immer, viele Männer würden viel darum gehen, wenn sie aufs Körperliche reduziert würden. Ich kann da ein Lied von singen. Das ist wirklich schlimm. Also, ich verstehe schon, was du meinst, aber es ist nicht, dass es nichts wert ist oder so. Männer zeigen immenses Interesse und wollen danach recht schnell körperlich werden. Habt das sehr lange nicht kapiert und körperliche Liebe mit Zuneigung verwechselt. Genau, das ist natürlich ein Unterschied. Und klar, könnte sein, dass du zu schnell mit denen körperlich wirst. Oder dass du nicht gut genug aussuchst. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich zu. Ich habe mich also sehr schnell hergegeben. Meist blieb es immer Fährenstatus. Ja, da geht es ja schon los. Du kannst ja Standards und Dealbreaker definieren, wo du Affären für dich ausschließt. Und dazu braucht man aber wieder Trennungskompetenz. Das wäre mal was für Modul 1. Oder auch Modul 3 halt auch. Und ein nice geiles Leben aufbauen, die ganze Bagage. Naja, zwischenzeitlich hatte ich im Anfang meiner 20er eine vierjährige Beziehung gehabt, die ebenfalls so losging. Naja, also auch das, jede Beziehung geht eigentlich als Affäre los. Unter Umständen dauert der Affärenstatus halt nur fünf Stunden oder so. Aber irgendeinen Übergang gibt es natürlich immer. Also das würde ich jetzt nicht per se, ich meine, es ist ja eine Beziehung übergegangen. So, nach fünf Jahren habe ich mich getrennt, weil mir mein Partner, oder nach vier Jahren habe ich mich getrennt, weil mein Partner null emotionale Nähe oder Beistand bot, sondern nur an sich dachte und Gespräche nichts brachten. Ja, dann ist ja auch richtig. Bin derzeit Single und gerade am überlegen, wie ich das anstellen soll. Ja, ich schließe jetzt mal daraus, dass du ja immer noch in den 20 Jahren bist. Ey, du hast noch ein ganzes Leben vor dir. Du kannst noch so viele geile Sachen erleben. Du kannst noch so an dir arbeiten. Du kannst noch, du bist jetzt auf mein Material gestoßen. Du kannst noch so ein geiles Leben haben, wirklich. Also schätzt das wert, ne? Du redest in deinem Video ist ja vom nice geilen Leben. Schreib mal übrigens mit AI, Leute. Ne? Jugendsprache und Selbstliebe. Hört sich super an. Wirklichen Lebensinhalt. Außer natürlich meine zwei wundervollen Kinder zu haben, beziehungsweise fehlt mir dieser Antrieb zur Selbstliebe total. Ja, und das ist der Einstieg. Und dann sind die Inneren einfach nicht voll. Und dann sucht man sich Männer, um diese Eimer zu füllen. Und dann sucht man sich sexuelle Bestätigung, um die Eimer zu füllen. Das muss ja auch alles gar nicht mehr so bewusst sein. Und dann kommt man in diesen ganzen Schlamassel rein. Deswegen, das gilt eigentlich an alle, nicht nur an dich, die auf dem Kanal sind, uns alle eingeschlossen, dass wir unsere Eimer, also 100 Prozent halte ich für unrealistisch und muss auch gar nicht, dass wir unsere Eimer einmal so 70 Prozent vollkriegen mit Selbstliebe so, ne? Wie macht man das? Ja. Selbstliebe-Challenge anfangen. Spiritualität und ein nice geiles Leben ist auch ein sehr guter Kurs dafür. Oder Modul 2 auch. Also einfach konsequent jeden Tag ein Stück weit sich sein eigenes Traumleben aufbauen, ne? Das schützt nicht nur vor Liebeskummer ganz gut, sondern auch vor eben dieser Leere, die dann dazu führt, dass man, ja, dass man die mit oft dann halt Toxic füllt, ne? Also der eine trinkt ein Glas Bier zu viel, der andere raucht ein Joint zu viel und ganz viele Menschen haben eine Affäre zu viel. Das ist eigentlich, ist halt eine super Ablenkung, ne? Aber es macht halt die Eimer nicht nachhaltig voll. Und wir haben ja so dieses Gesetz der Anziehung so ein bisschen. Also klar, kann man jetzt drüber diskutieren. Aber ich erlebe das schon so, dass es, also je leerer die Eimer sind, oder bei manchen könnte man auch sagen, Geschlechter, man sich selbst sieht und behandelt, halt umso mehr wird dir das von außen entsprechend entgegengebracht in, weiß ich nicht, als, nur als Körper behandelt werden, nicht beachtet werden, deine Bedürfnisse werden nicht gesehen und ja, du wirst so Königin, ne? Wie gesagt, du fängst da jetzt nicht mit 82 an, was auch möglich wäre, aber, sondern mit Ende 20, also, aber, ähm, mach was, weil sonst geht der Scheiß so weiter, ne? Äh, ich hatte immer das Gefühl, glücklich zu sein, wenn ich mich für meinen Partner aufgegeben habe. Ja, also, du musst das ja nicht ganz aufgeben. Es ist ja nicht so, dass man immer was für andere macht. Es braucht die Welt, die Welt braucht mehr Menschen offensichtlich, äh, die was für andere machen, ne? Die gerne was für andere machen. Außerdem ist es auch in der weiblichen Polarität, aber, wenn es in so ein Level kommt, wo man sich selber aufgibt, dann geht es über eine Co-Abhängigkeit und, ähm, also, gib das Gleiche, was du an andere gibst, könnte für dich so eine neue Regel sein, gib das in dich selbst rein, so, ne? Das wäre schon mal ein guter Anfang, ne? Investier das Gleiche in dich selber und dann machst du auch einen wichtigen Job für deine Kinder, so, ne? Äh, in mir ist da kein Anspruch, für mich etwas zu tun oder zu ändern, obwohl es so notwendig wäre. Ich komme da nicht weiter, hast du eine Idee? Ja, schreib dir doch erstmal Sachen auf, die du gerne auch im Leben erreichen möchtest. Auch so unwahrscheinlich sie die auch scheinen, äh, was weiß ich, keine Ahnung, mit einer MIG in die Stratosphäre fliegen, äh, äh, keine Ahnung, ein Jahr auf Bali, schreib dir mal und, oder auch kleinere Sachen, äh, schreib dir die auf und überleg, wie kann ich da hinkommen, ne? Also, was hast du für Lebensträume, ne? Und, äh, da sollte nichts mit Männern oder Beziehungen stehen auf dieser Liste. Das wäre mal so ein erster Tipp, aber mehr wäre tatsächlich in meinen Kursen und, äh, mach das zu deiner Lebensaufgabe jetzt, ne? Das reicht auch nicht. Da, äh, da muss man richtig dran sein und wenn du die Motivation noch nicht hast, dann ist es eben so, ne? Das ist wie bei allen Sachen im Leben, wenn du Marathon laufen willst, habe ich jetzt nie gemacht, also keine Erfahrung, aber dann muss man halt, vermute mal, jeden zweiten Tag joggen. Also viele große Sachen erreichst du nur, indem du wirklich viel Energie reingibst. Aber dann, äh, da bin ich ganz bei Tony Robbins, der hat das, glaube ich, immer gesagt, ähm, man überschätzt, was man kurzfristig erreicht, aber man unterschätzt massiv, was man langfristig erreichen kann. So kannst du in zehn Jahren, fünf Jahren komplett anderes Leben haben, ne? Alles ist möglich und alles geht auch immer schneller heutzutage. Wir sind einfach in, äh, Zeiten, die sind einfach krass. Ja, was habe ich neulich gelesen, weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber, dass, äh, 80 Prozent des menschlichen Wissens in dieser Generation erworben wurden. Lasst euch das mal, überlegt das mal, 80 Prozent, selbst wenn es jetzt in den letzten zwei Generationen, letzten 100 Jahren ist, 80 Prozent des menschlichen Wissens, irgendwie in 100 Jahren, da überlegt mal, wie das, äh, ich meine, du bist jetzt Ende 20, du wirst ja noch, äh, du wirst ja 120 werden, ne? Du hast vielleicht noch 100 Jahre, was du da noch alles erlebst, kein Grund, Trübsal zu blasen. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.